In den Wirtshaus sind am Samstagabend die Bauern zusammengekommen um sich zu unterhalten und um Karten zu spielen. Rechts hinten sieht man meinen Vater. Da sieht man es nur bei meinem Vater, weil er gerade einen Stich möchte beim Schaufkopf spielen. Also bei uns im Dorf, da ist Schaufkopf gespielt worden. Und das war im Suhr. Da waren von Dorf zu Dorf die Regeln ein bisschen anders. Und wenn er mal Leute aus einem anderen Dorf mitgespielt haben, dann muss man sich zuvor einigen, nach welchen Regeln gespielt wird. Und wenn man das vergessen hat und jeder das nach seinen Regeln erst gelegt hat, hat es hinterher auch Dörrchen gegeben. Da ist es die Wollpfadels Lydia. Da hinten, der ist gemischt, das ist der Schirrl Robert. Der Schirrl Robert, der hat immer viel von Grächt erzählt. Der war halt in einer Grächt, lang in russischer Gefangenschaft. Und das war schon hart für ihn. Das ist der Wollpfadels Hans. Der war in amerikanischer Gefangenschaft. Und der glaube ich, der hat es viel leichter gehabt.